Mit Hilfe der sogenannten Level-Leiste lässt sich der Blockwinkel reproduzierbar einstellen. Anhand der Zahlen kann man den Blockwinkel exakt und nach Belieben einstellen. Das Returnboard spielt uns kompromisslos jeden Ball zurück. Das Power Returnboard Mobil lässt sich super schnell aufbauen. Es besteht aus zwei mobilen Boards und einer leichten Holzkonstruktion. Die Produktbeschreibung verspricht einen Aufbau innerhalb von 30 Sekunden. Das Returnboard ist tatsächlich innerhalb von ein paar wenigen Handgriffen aufgebaut. Es steht stabil und fällt nicht um. Wir können Vorhand-Konter spielen, Rückhand-Konter, Vorhand-Topspin, Rückhand-Topspin. Eine Kombination aus den Schlägen können wir trainieren. Auch Rückhand-Flip und Vorhand-Flip sind möglich. Die kleine und große Beinarbeit können wir mit verschiedenen Ballwegen trainieren. Wir können uns am Returnboard einspielen, kleine Übungen spielen, aber auch ein Technik-Training absolvieren. Das Returnboard gibt uns direktes Feedback über die Rotationsstärke, also wie viel Rotation wir wirklich mit unseren Schlägen spielen. Aber trotzdem bin ich sehr positiv überrascht, wie gut man mit einem solchen Returnboard trainieren kann. Das ist ein Teil des Schlägen. Untertitelung des ZDF, 2020